Ich bin Maria Alice Díaz dos Santos, ich habe 47 Jahre alt und ich wohne in Lausanne. Ich arbeite als Chef der Team für die Stadt Lausanne. Ich gere 35 Personen auf diversen Seiten. Diese Verantwortung ist dank an meinen CFC, die ich am 40 Jahre alt gemacht habe. In der Schweiz gibt es rund 250 verschiedene berufliche Grundbildungen. Auch im Erwachsenenalter können Sie in jedem Beruf ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ oder ein Eidgenössisches Berufsattest, EBA, erlangen. Um diese Formation zu erreichen, habe ich meine Weihnachten, meine Wochenende und sogar meine Weihnachten. Aber es ist wichtig.